Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Vorsicht bei Kreditangeboten über Internet, Facebook, WhatsApp und Co. Im Internet und in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp und dergleichen versuchen Kriminelle immer wieder die finanzielle Notlage von Menschen auszunutzen, um schnelles Geld zu verdienen. Die Betrugsmasche funktioniert mit eigens eingerichteten Internetseiten, Anzeigen oder Kommentaren, in denen günstige und einfache Kredite von Banken und Vermittlern aus dem EU-Ausland oder von Privatpersonen versprochen werden. Fake-Profile und falsche Versprechungen. Anzutreffen ist die Masche insbesondere in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder sogar Pinterest. Dem Europäischen Verbraucherzentrum EVZ Deutschland liegen aber auch Fälle vor, in denen Personen über WhatsApp kontaktiert wurden oder Internetseiten von vermeintlichen Banken oder Kreditvermittlern aufgerufen werden. Die übliche Vorhergehensweise. Kriminelle erstellen beispielsweise auf Facebook Fake-Profile bzw. Seiten mit einer falschen Identität. Dann versenden sie massenweise Freundesanfragen. Wer diese annimmt, erhält private Nachrichten von Personen, die angeblich erfolgreich einen Kredit abgeschlossen haben. Oder es werden Kommentare mit Kreditangeboten von vermeintlichen Banken aus anderen EU-Mitgliedsstaaten gepostet. Also direkt an euch verschickt oder man postet das einfach auf dem Profil, also auf diesem Fake-Profil. Gelockt wird immer mit hohen Geldbeträgen, niedrigen Zinssätzen und lockeren Bedingungen für die Kreditvergabe. Der Wortlaut könnte wie folgt lauten. Du suchst einen Kredit. Wir bieten dir ein Darlehen zwischen 5000 und 100.000 Euro. Und das für nur 2% Zinsen. Und so kannst du deine Schulden bezahlen und musst dir keine Sorgen mehr machen. Interesse? Dann melde dich bei uns per E-Mail oder WhatsApp. Betrugsmerkmale, seltsame Kreditverträge und Vorauszahlungen. Menschen, die sich in einer finanziellen Notlage befinden und von ihrer Hausbank keinen Kredit erhalten würden, fühlen sich von solchen Angeboten vielleicht angesprochen und wittern die Chance auf ein Darlehen. Wer Kontakt aufnimmt, wird mit schönen Worten und geschickter Gesprächsführung in die Falle gelockt, wie Verbraucher dem EVZ berichteten. Es folgt ein reger Schriftverkehr. Kreditangebote werden unterbreitet und sogar ein Vertrag zugesandt. Spätestens hier sollten Verbraucher Zweifel bekommen. Denn mit einer eigenwilligen Gestaltung und oft fehlerhaftem Deutsch wirken die Verträge unprofessionell und leihenhaft. Teilweise werden auch Logos von ausländischen Ministerien, bekannten Banken oder Versicherungen hineinkopiert und missbräuchlich verwendet. Die Alarmglocken sollten spätestens dann läuten, wenn vor der Auszahlung der Kreditsumme die Überweisung einer bestimmten Geldsumme verlangt wird. Zum Beispiel für vermeintliche Bearbeitungsgebühren, Steuern, Geldwäsche, Zertifikate, Freigabe durch die Behörden oder Notarkosten. Bezahlt wird in der Regel mit weiteren Forderungen konfrontiert. Das Ganze geht so lange, bis die Betrüger merken, dass ihre Opfer skeptisch werden oder schlichtweg kein Geld mehr haben. Beenden die Betroffenen die Zahlung oder stellen zu viele Fragen, hören sie in der Regel nichts mehr von den Kriminellen und sind auf einen sogenannten Vorschussbetrug hineingefallen. Ganz wichtig ist dabei, egal wie viel ihr zahlt, ihr werdet niemals den angeblich bewilligten Betrag erhalten. Und so schützt ihr euch vor Kreditbetrügern. Ignoriert Kreditangebote auf Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Es handelt sich um Betrug. Seriöse Banken würden niemals über soziale Medien konkrete Angebote unterbreiten. Banken oder Kreditvermittler nutzen keine von jedermann anlegbaren E-Mail-Adressen, wie Gmail oder Gmx oder Outlook. Gebt Fremden keine Auskünfte über eure finanzielle Situation. Schließt keine Verträge mit Personen ab, die ihr nicht kennt. Gebt auf Social-Media-Kanälen keine persönlichen Daten von euch preis. Bezahlt niemals über Bargeld-Transferdienstleister wie Western Union, MoneyGram oder mit Gutscheinen, Bezahlkarten wie PaySafe oder per Echtzeitüberweisung. Schaut, wo der Kreditgeber angeblich seinen Sitz hat und überprüft bei der nationalen Aufsichtsbehörde, ob das Unternehmen existiert und zur Vermittlung von Krediten berechtigt ist. Die BaFin bietet eine Übersicht der europäischen Aufsichtsbehörden. Und so erkennt ihr einen Kreditbetrug. Kontaktaufnahme per WhatsApp, soziale Medien oder E-Mail. Es werden am Markt übliche Versprechungen gemacht. Niedriger Zinssatz, keine Überprüfung der Kreditwürdigkeit, Kredite von Privatpersonen. Es werden immer wieder unterschiedliche Gebühren von euch verlangt. Steuern, Verwaltungsgebühren, Aktivierungscodes, Geldwäschezertifikate, Versicherungen und so weiter. Es wird ein vermeintlicher Anwalt oder Notar für die Abwicklung zwischengeschaltet. Tja, häufig holpriges und fehlerhaftes Deutsch in Werbeanzeigen und Fake-Profilen. Verwendung einer privaten E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für die Kommunikation. Neue Facebook-Freunde berichten über angebliche Erfolgsgeschichten zu einem Kredit. Dir wird zur Glaubhaftmachung der Seriösität des Geschäfts eine Personalausweiskopie deines angeblichen Sachbearbeiters übermittelt. Das können gerne dann mal die Ausweisdokumente aus den anderen Betrugsmaschen sein, über die wir hier des Öfteren bereits berichtet haben. Du erhältst Zugangsdaten zu einem angeblich persönlichen Kundenkonto auf einer Internetseite, auf der du das vermeintliche Bewilligungsverfahren des Kredits sehen kannst. Achtung! Dies sagt nichts über die Seriösität aus. Jeder kann heutzutage innerhalb weniger Stunden eine solche Internetseite online stellen. Es wird von keiner offiziellen Stelle geprüft, ob es sich tatsächlich um eine Bank oder ähnliches handelt. Wenn du bereits Kontakt mit solchen Gaunern aufgenommen hast, merkst du schnell den Betrüger. Antworten üblicherweise zügig, aber gegebenenfalls zu ungewöhnlichen Uhrzeiten, die nicht den normalen Öffnungszeiten einer Bank entsprechen würden. Verlangen rasch persönliche Daten wie Bankverbindung und Ausweiskopie oder Lohnzettel. Verschicken einige oder bunt gestaltete Verträge. Und vor allem, ganz gefährlich, viele möchten von euch, dass ihr ein Fernwartungsprogramm wie Teamviewer, VNC oder Anydesk auf eurem Computer installieren sollt, um euch dann angeblich bei der Überweisung der Summe behilflich sein zu können. Das ist natürlich, tja, sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen. Denn niemand Fremdes sollte Zugriff zu eurem Rechner bekommen. Und dann bauen die Betrüger auch oft Zeitdruck auf. Verlangen vor der Auszahlung eine Gebühr, zum Beispiel Bearbeitungsgebühren oder Bonitätauskunftskosten. Und verlangen von dir, dass du per Video-Ident-Verfahren ein Konto bei einer ganz anderen Bank eröffnen sollst und die Zugangsdaten, wenn es geht, vielleicht sogar noch an die Betrüger übermitteln sollst. Also auch das gibt es tatsächlich. Bist du bereits auf diesen Betrug reingefallen, was kann man dann tun? Blockiere auf jeden Fall die Fake-Profile und melde diese direkt bei der sozialen Plattform oder eben bei WhatsApp alles sperren, was mit den Leuten zu tun hat. Erstatte umgehend Anzeige bei der Polizei. Dies geht bei jeder Polizeidienststelle und in der Regel geht das mittlerweile auch in fast jedem Bundesland sogar online. Blockiere E-Mail-Absender und Rufnummern auf deinen Endgeräten. Wenn dein Konto gehackt wurde, solltest du dies ebenfalls der sozialen Plattform melden. Ändere deine Passwörter, sofern noch möglich. Nutzt du das Passwort auf mehreren Seiten, solltest du auch hier unbedingt alle deine Passwörter verändern oder komplett neu generieren, um zu vermeiden, dass der Betrüger nicht auf die Idee kommt, dass du auch bei der anderen sozialen Plattform angemeldet bist. Dann hätte der das Passwort. Nutze auf jeden Fall auch sichere Passwörter, bestehend aus Zahlen und Buchstaben, Sonderzeichen, sowie eben auch bei den Buchstaben Groß- und Kleinschreibung. Am besten, man glaubt es kaum, sollte aber tatsächlich ein Passwort über 200 Zeichen lang sein. Dann sind Passwörter richtig sicher und es wird ziemlich schwierig, diese Passwörter automatisch zu hacken. Sollte den Tätern eine Kopie deines Ausweises oder Reisepasses bereits vorliegen, solltest du diese Dokumente schnellstmöglich aus dem Verkehr ziehen, indem du ein neues ausstellen lässt. Außerdem empfiehlt es sich neben einer Anzeige wegen Betrugs oder eben versuchten Betrugs eine Anzeige wegen Identitätendiebstahls, vorab schon mal aus Sicherheitsgründen, gleich zu erstatten. Deutsche Verbraucher können den Identitätendiebstahl auch vorsorglich sogar der Schufa melden. Nicht, dass da noch aus Versehen, warum auch immer, was reinrutscht, was da nicht reingehören sollte, weil die Betrüger irgendwelche Konten leergeräumt haben in eurem Namen. Das geht dann auch auf eure Bonität. Und ist der Betrug, wie gesagt, schon im Gange gewesen, beobachte in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch deine Kontobewegungen, falls du deine Bank- oder Kreditkartendaten preisgegeben hast. Reagiere ebenfalls sofort, falls du Rechnungen oder keine Ware erhalten hast, beziehungsweise die Ware überhaupt nicht bestellt hast. Eventuell gehen die Täter in deinem Namen auf Shoppingtour. Oft werden Opfer auch bedroht, wenn die Täter merken, dass diese keine weiteren Summen zahlen möchten. Lasse dich hiervon nicht beeindrucken. Du bist keine rechtliche Verpflichtung und verbindliche Verpflichtung auch überhaupt mit denen eingegangen und bist nicht zur Zahlung verpflichtet. Solltest du per Video-Ident-Verfahren ein Konto eröffnet, aber keinen Zugriff mehr auf dieses Konto haben, solltest du umgehend die Bank darüber informieren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiterhelfen oder aufklären konnte, sodass niemand von euch auf so eine Masche reinfällt, vor allem auch die Leute aus eurem Umfeld nicht. Informiert daher eure Umgebung, sodass diese Masche eben auch bekannt ist. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder schau dir noch gerne die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!